Also der NC, den ich da drüben kenne, ist I Can Swim und er ist richtig gut. Is him. I Can Swim und er ist richtig gut. Das geht ja schon los. Jaja. Und das Brett? Es sind zwei Wellen durch, ich hab fast verloren. Nee, da ist auch noch drin. Okay. 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 Ich stehe bei Eck 4 an der Seite und gucke Richtung Krennest drüber. Ah. So und wenn da einer reinläuft, dann kann ich den von der Position wo ich stehe aus wegpacken. Peter kriegt schon Feuer. Ja. Okay, das wird nix. Die kommen von der anderen Seite. Oh, das geht schnell. Die sind alle bei Beta. Also. Okay. 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 Ah, Mauler verlässt sich der Move? Hehehe, hier ist einer Treibjagd. Ich glaub der geht eher gleich hoch wie so ne Treibjagd. Ich glaub die schlängern sich durch den Ziegenpfad, wa? Ja, wo ist einer? Da war ja nur der Team von... Aber dass sie dich treffen, darüber sind sie sich einig, glaub ich. Nicht alle. Ja, aber wahr. Einer ist oben so rauf. Oh nein. Was bin ich? Nee, schaub daran. Lillise Krill bevor ich da hinter dem Loch verschwunden bin. Ne, mal los, so alter Killer. Du hast gesagt, dass gefährlich hab ich ihn getötet. Sehr gut. Achtung, Arty, direkt vor uns. Ist meiner, meiner. Direkt vor dir. Nein, nein, der vor uns. Wir wollen direkt auf mir raus. Wir wollen direkt auf mir raus. Enemy UAV. Wir wollen Delta 3. Wir wollen Delta 3. Ja, ja. Wir wollen mit auf diesen Scheiß Maradeur schießen da oben. Naja, wir stehen hier, gucken direkt drauf. Vier Mechs. Ja, aber dann schieß doch auch immer, wenn der kommt. Naja, machen wir doch. Weil der Rausgang hat schon Sveatis gefressen. Ja, das wird 40% erscheint aber wirklich einer draufgeschossen haben. Alter, mach das Ding weg, der steht still. Weg ist er. Okay. Das muss man selber machen. Oh. Der ist dann immer still. Und das? Over? Ja, schau. Oh, diese komischen Flöcke, die hier in der Gegend rumstehen. Ach, das ist der Tor. Oh, Tower. Okay. Ja. Das ist ein dicker Flock. Mach dieses Scheiß Maradeur. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, da ist nichts mehr dran, ey. 21. 20% Arm. Ich hole den. Ich hole den mal eben. Ich gucke mal, ob ich treffe. Wir sollten jetzt pushen. Komm her. Komm. Come on everybody, let's push. Come on everybody, let's push. Come on everybody, let's push. Richtig, oder? Guten Abend. Hallo. Welche Richtung? Ist egal. Hier, Delta 3. Delta 3. Ich gucke mal, ich gucke mal schön hinter dem Manilator her. Das ist eher so wuschelig. Ich gucke mal, dass das nicht so gut freudig ist. Ich gucke mal, dass das nicht so gut freudig ist. Ja, der Ida ist einfach. Okay. Nächste. Frau und Werther? Werther hat sich wieder weg. Kali? Werther ist ganz weg. Jetzt haben wir hier vorne noch ein Lieblingszustand. So weiter pushen. Push to the gate. Next target hotel. Sobald die Leute wieder an sind. Ja wir waren ja alle so ein bisschen abgeschaltet, ne? Einfach mal abschalten. Ja aber wir haben die da jetzt mal eben kurz gefickt. Ey, wir schmeißen wir seine Raketen an den Rücken. Na ich? Du schaltest ja nicht vernünftig auf da. Achso, danke. Dritte überlese ich mit Gott. Hier ist nur eine enemy über Delta 4. Wer da dran kommt. Achso ist schon unten. Okay danke. Back to positions? Ja ich geh mal runter 4. Ich geh mal runter 4. Ich geh mal runter. Ich hab mal 83 auf den Rücken. Das war ich noch. Und der Anti-Delta der rast ja hier an mir vorbei ist ja krass. Ja. Ich hab ein weiniger 61. Es sind nicht mehr viele Raketen übrig um den Rücken zu schließen. Ja du bist nicht dabei. Soll ich anschieben oder kommst du vor? Ein bisschen jetzt machen. Alles gut. Der stürmt nach draußen. Ich laufe mit 24 Sachen nach draußen. So ein Auto hatte ich auch mal. Ja das macht nix. Mit der Ruhelicht. Mit der Ruhelicht die Kraft. Da steht ja so die Musik. Da dum 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 dum. 12-1. Das ist ja mal ne Klatsche gewesen. Aber nur weil Marlos den eigentlich kein Swim rausgenommen hat. Hm. Aber vielleicht haben zwei andere da auch 2-3 mal drauf geschossen. 2-3 mal Doppelgau, das reicht ja wohl aus, oder? War das der in dem Marodeur? Ich weiß es nicht. Ne, der war auf der linken Seite. Ja, der Marodeur. T3 und wo war der, ne? Malus? Nein, D2 auf diesem linkesten Hügel, der da noch. Ja, das ist... Ich wollte ja ein bisschen Pikaboo spielen und dann hat der mit einem gar nicht in die Straße getreten. Achtung, 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 gleich ist er am Tor, weg im Tor. Oh, oh. Alle die Karte, alle die Karte aufmachen. Oder nicht, oder nicht. Ähm, passt jetzt. Jetzt ist er hinter dem Tor. Ich hab schon echt einen Geschwindigkeitsrausch, ne? Mir kullern die Augen und alles. Das ist ein Blö-Effekt. Ja, aber macht nix. Ich hab halt 5 Ultras drin und was ich treffe, das ist ziemlich schnell ziemlich tot. Gleich hat er's, gleich hat er's. Jetzt kommt er wahrscheinlich über den Stein drüber. Oh mein. Boah, ich komm da überall hin. Ich kann die Deckel hinschmeißen. Wer steht denn da noch mit vorne am Tor? Ah, er hat's geschafft. Der Steckluss. Die Welle. Ach so. Ich hab nur 66 Mumpeln, die bringe ich noch an Mann und mein Torso ist noch zu. Also kann ich einbeinig noch pushen. Quasi Slow Motion. Slow Motion Push, ja. Ja. Trauen die sich nicht ran, weil da zwei Assaults stehen, oder? Der Steckluss um 8 und 27. Ja, jetzt kommen sie aber. Oh, Justin Zerung hat Stafford gekillt. So, Heinrich, gib's ihm. Hab ich. Bis auf 12 Mumpeln alle weg. Das heißt, ich hab 330 an Mann gebracht. Oder rausgebracht. An Mann nicht. Ja, bleib locker. Ja, bleib locker. Ach, die Cheetah in Siegenfahrt. Also die passieren gerade jetzt das Tor, als konnte ich ihm an der Leiche noch sehen. Ja, okay, Dr. 2. Ah, D4. Halt. Nee. Ja. Ein Eimer. Ach, ich hab auch ein Problem. Sprig. Ich sag mal, was ist denn? Wenn du in der Dropzone angegriffen wirst? In der Dropzone angegriffen? Ja, aber da ist jemand vorbeigehobisch. Ich weiß nicht ob der wieder zurück oder wo ist. Keine Ahnung, also hier oben auf der Dropzone ist keiner. Halt den D4? Der ist da unten. Der ist hier bei unseren Platz. Da ist er. Da ist er. Der ist in die Scheibe gelaufen. Ich hätte ein Gegner Gevita gelassen Leiner Frost, von Peter Heiß Frosty Doch da guckt vielleicht wieder jemand um die Ecke Ich muss doch gar nicht noch schießen, du schießt denn sowieso ab, wenn ich noch schieße Kein Problem, solange ich den Kürmer das Damage machen Ich hoffe, du bist nicht so groß, dass ich gegen dich schieße Also stehen wie ich? Wolltest du da anders hin? Ne, ne, ich spiele schon über dich, aber Du weißt ja, manchmal habe ich ja, manchmal habe ich so Ausfälle Das ist ein Black Knight, ne, das ist ein Leuchtturm Manchmal bewegt sich meine Maus aus unheimlichen Gründen von ganz allein und da schieße ich jemanden Ja, ein Senksame Misch auf, was das auch einmal gemacht wird Seitdem ist ja jedes Mal ein Sturm am Ende der Runde Ne, du wirst aber kein... Schauen wir mal rüber, Paula, das ist doch echt die Ware Ah, ne mal Ich bin gar nicht erwischt, richtig Ich brauche hier beim Ziegenpfad nur mal Hilfe Lass sie reinkommen Dann lasse ich auch Ja Gehen wir mal ein bisschen nach vorne Ja, wollte ich gerade sagen, dann lass uns mal ein bisschen vortickern Ja Weil den einen eben Jaguar, der hat sich vor mir aufgebaut und dann war er 3,5 Stunden später dort Ja, wenn man sich zwistet und meint sich mit einem Ende der Anliegen zu müssen Ja, ich habe in dem auch 5 Ultras drin I can swim, ist denn hier in dem E-Vinci Ja, ich habe in dem E-Vinci Ja, ich habe in dem E-Vinci Ja, ich habe in dem E-Vinci Ich bin genau... Ne, ich bin nicht der Stefan, halt dich rechts, dann ziehe ich links rum, ich bin nicht so schnell wie du Ja Oh, warte mal, guck mal, bis Papa dich gleich sieht Fass auf den E-Jack aus, der muss dann auch noch nie sein Der muss dann auch noch nie sein Der muss dann auch noch nie sein Der muss dann auch nicht sein Martha Martha schaliert hoch Uniform Schwupp, Stefan wird tot Das ist der Rufi durch Wieso, das ist der Rufi durch So, da habe ich ihn abgeschossen Aua Auf Nordpol Wenden Rausschau Wenden dann Ziegel raus, Kackern raus Ich bin der Ritz Ich auch Boah Oh nein Mann, lass mich doch mal vorbei hier, das sind das nie Scheiße Komm, ich gib's mehr da, kannst du rum Ich hab's Hahaha Dankeschön, ich war nämlich am kochen Hahaha, danke Sila Ich war doch leicht heiß am Arsch Ja 800 Schaden, 6 Kills im Ersten, ist ja in Ordnung Ja, das war doch nice Hat der sich umgedreht zu mir, hast du in aller Ruhe den Rücken aufgemacht Ja, voll alle Laser, die ich hatte Bitte? Alle Laser, die ich hatte Ja, das war nutzbringend angebracht Achso, ich geh mal raus Ne, ich bleib drin, ich bin noch ziemlich heile Ich bin immer noch bei 75, 95% Ich hab 91% Ich hab noch 145 Mumpeln, also ich bleib nur dran Ja, die haben auch auf mich geschossen, nicht auf dich Mich haben's umgelegt Die Leute, genau Ich bleib hier umgedreht stehen Wieso fandst du den Push jetzt um die Ecke falsch? Ich? Nein Ey, ich bin ja neben dir gelaufen, ich bin halt nur nicht ganz so schnell Die haben halt, die haben halt ein anderes Fokus genommen Nicht den dicken Andylator, da haben sich gedacht, er hat so viel Panzer, das bringt eh nix Ja, die nehmen die kleine Benchy da Benchy war ja auch nicht viel kleiner, ne? Ja, aber die ist wesentlich weicher Sie hat die kleine Panzer vor, die Benchy Na ja, seitdem die 3E genervt worden ist, das war ja jahrelang mein Lieblings-Mac Das ist immer noch ganz gut, aber die kommt an alte Tage nicht mehr ran Ja, also was bin ich mit der rumgelaufen, 3 AC5 und 4 Medlaser, war das schön Die kommen ja wieder AC4 Ja, die sind total fantasielos, ne? Boah, ne, die fressen Raketen ohne Ende, ey Du oder ihr? Ne, die Jungs da vorne Ja, ich bin mal da hinten gegangen Lass die doch, wenn's schmeckt Ah, bloß nur so eine Kleinkacke Das ganze durchs Spundel angewandt, aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja noch ein paar Kürme hier rumstehen Ach, ich find das so herrlich, dass man hier so ein Marauder rumstampfen sieht, das hätte ich nie für möglich sein Ja, einige fahren mit den Doppelrotaries und 4ER-Medlasern, ne? Egal wie die fahren, ich mag das Jessie Ich hab den Ernst mit 2 Heavy Peps Da hinten schon was D3 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 Die Dinger müssen auf jeden Fall mal runtergeschraubt werden, ne? Guck doch noch mal raus, so kleines Arschlo. Ich schieb alles beiseite und guck nur auf mich. Die haben nur Augen für dich. Wollen wir jetzt mal linksrum pushen und die von hinten eben mal aufnehmen? Brauchen wir nicht, da kommt einer. Und mit der nächsten Artiere. Ah, ich laufe hier durch die Explosion durch und es hat mich nicht getroffen. Wild wedelt mit den Armen. Ja, die scheiß Türme. Die haben ja kein Problem mit dir in den Rücken zu schießen, ne? Die sind nicht unbedingt dein Freund oder Helfer, die Türme. Stimmt schon. Schade, da oben hab ich so schön in die Schulter geschossen. Boah, hab ich da einen fetten Art hier reingeschmissen. Der ist ja fast gar nicht hell geworden, der war nur rot. Da oben soll links... Ups, Entschuldigung, Stinker. Ja, davon können meine Armen sich auch nichts mehr verkaufen. Wollte ich die Klaus haben? Mit dem Arm? Ich geh mal lieber hier weg. Hier, drüben wir die... Ah, nur ja, vorbei. Ja, ich muss jetzt eh andersrum anretten, weil man nicht vorsorgen ist. Was hab ich denn da an meinem Rücken? Na, jetzt rennt wieder der Sturmstummel direkt davor. Scheiße. Prinzenverlass im Turm, der dir die ganze Zeit mit den Hunden schießt. Stimmt, ist einer der schießt den Urgen ab von der Ecke. Stimmt, ist einer der schießt den Urgen ab von der Ecke. Sensor online. Sensor online. Weapons online. All systems nominal. All systems nominal. Direkt über der Ecke ist ein UAV. Target acquired. Wir haben hier was drin. Oh. Uh. Hinten enden. Hinten enden. Die Viper oben ist gleich down. Alpha. Das gibt's ja gar nicht. Also diese Viper, unglaublich. Die hatte mehr Glück als Verstand. Aber irgendwann ist das auch vorbei. Manche nicht so schwierig. Das stimmt. Bleibt mal diesen Scheiß Helberger an. Der geht mal und sagt, der ist sowieso im Arsch hier. Das ist ein Vogel dabei mit seinen MGs. Der nimmt das da auseinander. Der ist ein Vogel. 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 Ich hab ihn. Das ta mange an. Das ist ein Vogel. Der ist ein Vogel. Da steht noch Icons. Da ist er noch. Vox 3. Zeppelin Ich hab mal gesrottet Reh Sorry Das war ne netten, du bist so krankes Ja, sorry, ich wollte dich nicht erwischen Sehr schön Wie geil ist der denn abgeklatzt worden Ich dachte mal ein Zeitfenster Ja Wir haben nur 7 Minuten 23 Oh, das passt ja Alles gut So, gehen raus Ich mach jetzt mal Pause Da ist so ein Oberschlauer, recht auf der Rampel Bei Delta 4, genau Nö Bis gleich vielleicht Bis gleich Wir haben aber 3,4 Mächse drauf geschossen Okay So, da haben wir schon welche Reinforced Ich glaub, dann sollte man den mal Ausstehen Der dreht sich immer weg, wenn ich ihm im Rücken schießen will So was aber auch Böse, böse, böse Böse, böse Da hab ich überhaupt kein Verständnis für Anstatt dass er immer still hält So, das war ja ein Zeichen Zu dem so kleiner Wichser Das ist ja so eine nette Stimmung Ja, also hier sind wieder Lotter Mistwanzen mit MGs Und die stehen auch was Zweimalig Das teils MGs Wolltet? Ja, der hat nichts mehr Oh, der hat auch nicht im Fluss Der hat auch nicht im Fluss Also wenn man da irgendwas nochmal holen könnte Nachdem die Dinger abgeschossen sind Bleibt nicht viel durch, ja Jedesmal nur noch ein Bein und einen Seitendorse Und der Kopf Da kommen sie rein Wo ist da? Äh, Charlie 3 Also kommen sie jetzt von rechts Oh, wie immer Ja, kommt jetzt mit ihm Geschwungen hin Ne, klar Alpha Gate, Simon Pockenet Na dann lassen wir sie mal kommen Alpha Gate geht auch auf Was haben wir denn jetzt für einen tollen Plan Guck da noch Oh, da kommt was dickes Rauder Ja 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 Dann lass den mal schnell wegklatschen Und dann können wir uns auf das andere Fluss Und dann können wir uns auf das andere Fluss Hey, der hat noch Kumpels So Ja, dann komm ich noch Looks like the last way is going to be a split Between both Gegens Because they have some coming in a baby still Ja, der Maro ist durch So hat er gewonnen, aber das heißt nicht, wenn er tot ist Er hat immer noch alle Waffen Er hat immer noch alle Waffen Oh, da hat einer auf mich geschossen Die früchen ihren Die früchen ihren Die früchen ihren Die früchen ihren lives durch Er hat einen Lümmel auf mich geschossen Hast du gesagt mit dem Lümmel auf dich geschossen oder habe ich mich davon Nein, da hat irgendein Lümmel auf mich geschossen Okay Wieso lässt du dich immer mit dem Lümmel beschießen? Ja Oh, das warst du manchmal Das ist dann mehr so ein Bespritzen oder? Ja Können wir mal das Thema wechseln? Leute Hier haben wir Ah Jawohl Das ist nicht mehr feierlich hier Wie sieht die denn jetzt alle? Das musst du nicht Ah Erschwunden Da ist einer noch jetzt gelaufen Die laufen hier überall rum, ich kenne gleich einen Befix Ja, hier sind lauter Flöhe hier am rumlaufen Ich bin aufgrund Oh Dann kannst du mit 10 Deren drauf hier, das ist nur auch nichts Die Zeit erreicht mal Ah, ich hab mal gepatzt und wir haben Center-Tor oder so, das ist auch gut So, Z3, UIV oben Kann ich nicht aufschießen, ich kriege ihn auch bei den Schoko Was ist denn das da hinter uns? Ein Timberwolf! Wenn man diese blöde Lope ist auf, dann müsste ich hier hinzuschießen Der wie so einem Bekloppten nach weg läuft, jetzt muss er nicht, schieß einmal auf uns Oh! Naja, ich bin nicht dabei Hier ist noch einer, hier ist noch ein Light Ich hab ja noch einen mit Ich sehe nichts mehr Ich hatte eben den Seismic Vor einer Charlie-2 ist noch ein Lader gewesen In der Schoko Ah, es ist es Ich schieß mich schon wieder in der Center-Tor oder so Oh, die Zungen mehr werden, aber auch damit Massen sie das Wir müssen noch ein bisschen aufmachen, ne? Ach, ich wurde erwischt! Siegfried kommt zu euch! So, Freeborn is down! So, Theodor, möchte sterben! Target destroyed! New target acquired! Target destroyed! Einer fehlt noch! Den haben wir quasi zerschossen! Arzi fehlt noch, aber sind noch 25 Sekunden? Ach je, naja, lohnt sich ja nicht daraus zu sein! Anybody know who that life mag is? No, we don't! We're looking for him! Ah, da war er groß! Dortmund 4 in C4! Let's hit him! Target acquired! Only 8 Sekunden! He's probably running to hide! Target destroyed! Jawoll! Ach, auf ihm! Wie sind wir jetzt zu diesem DERF? Hat er sich ja von der Versteckten in AFK gemacht! Er hat sich einfach neben dem Tor gestellt und in AFK gemacht! Ach Gott, ja! Der hat doch nicht großartig gezoppelt! Das war ja schlecht! Ja! Gar nichts abgekriegt! 2 Punkte zu wenig Schaden gemacht! Ja! Nicht mal 2 Punkte zu wenig Schaden gemacht! Ja, wie ist der? Ja! Ja!